Heute jagen wir ein ganzes Dorf in die Luft. Ich habe das ganze Dorf mit blauer Wolle und ganz viel Redstone verbunden. Mit einem Knopfdruck sollte das ganze Dorf in die Luft ziehen. Hoffentlich klappt das. Das hier sind die Redstone-Leitungen. Und das ist der magische Nebel. Drei, zwei, eins, los. Oh mein Gott, oh nein, das wird durch die ganzen Redstone-Leitungen getroffen. Und dann machen wir das eben einzeln. Let's go, let's go. Das andere Haus. Andere Haus. Und das nimmt die ganzen anderen Häuser mit. Mit dem Ergebnis bin ich eigentlich relativ zufrieden im Gegensatz zu vorher. Schreibt in den Kommentar, die werden nämlich im nächsten Video aufgerufen. Und lasst einen Like und ein Abo da. Ciao. ... ...